das ist natürlich jetzt in der langwierige geschichte mal eben diesen ganzen gezumpel abbauen 37 haben war aber es ist jetzt vollkommen latte brauchen brauchen wir nie fertig und so können wir zumindest schon mal das eine dach da fertig machen das wäre schon mal nicht schlecht erst mal hier mit was geht bis die spitzhacke qualmt so das sieht doch ganz gut aus können wir zumindest unseren wintergarten jetzt habe ich das wort eben habe ich das wenn wir sowieso einmal hier sind dann nehmen wir uns hier dieses granit auch noch mit für den boden dahinten dann wird das ein ganz edler ganz edler hintergarten das nehmen wir jetzt schön mit ihr das ist dann wirklich sehr positiv wenn man dann so was direkt vor der haustür quasi hat da kann man da mitnehmen was geht jetzt würde ich sagen das reicht erstmal weil es wird langsam dunkel wir gehen jetzt erstmal zurück und gucken mal dass wir gleich in dem dach noch ein bisschen ton und noch ein bisschen erde mitnehmen so weil ich ja keine lust habe gleich wieder ins haus rein zu laufen da könnte man nämlich direkt weiter draußen machen und unser normales haus bräuchte ja eigentlich auch mal ein dach 14 14 müssen wir sagen was einfallen lassen aber das kommt noch jetzt schauen wir erstmal dass wir hier ein bisschen was noch tun das gehen wir hier raus rein ich komme so wohn sei wo 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 ist granit so da haben wir gerade das sieht doch schon ganz edel aus oder ich hoffe dass jetzt nicht die tür platz da doch die platz natürlich wie soll es auch anders sein wie soll es anders sein so dann haben wir noch hier einen schönen ach so dass wir unsere tür wo ist unsere tür da ist doch wieder kaka jetzt machen wir noch die tür wieder hier rein so vielen dank vielen dank für die blumen so da haben wir doch hier ein echt coolen untergrund so auf glas laufen so schauen wir brauchen ja auch hatte ist ja ganz schlau wir müssen ja erst noch so ich glaube 40 stück sollten erst mal reichen und eine runde schlafen weil es ist schon wieder dunkel so das geht ja gar nicht und dann gucken wir mal etwas das jetzt aber mal fertig kriegen ich komme zombie apokalypse die sonne geht auf wie geil ist das denn richtig geil ja tschuldigung ich schwärmte gerade das sieht cool aus von innen oder jetzt müsste man eigentlich hier drunter auch noch bauen aber ja ich kann es einfach nicht warte mal ich kann sich lassen so kleinigkeiten die haben dann auffallen die muss ich dann eben machen sonst ja jetzt nicht sagen dass ich unbedingt vergesse aber es könnte durchaus passieren falsch sondern da können wir hier wieder erländer zu schön schön so jetzt machen wir unser dach weiter das können wir hier auf jeden fall wieder hinsetzen und dann werden wir unser dach weiter bauen so wo haben wir sie da ist das zack zack so ist ja jetzt auch kein mega dach was wir hier bauen müssen müssen wir nur gucken dass wir das anständig abschließen lassen so das müssen wir hier mal eben noch da ein ding hinsetzen drüben so dann wieder in die hocke mein freund so 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 und so jetzt würde ich das gleiche glaube ich auf der anderen seite machen haben wir glas haben wir glas wir haben glas so dann müssen wir glaube ich hier mal ein bisschen so zack so so machen wir nämlich hier alles glas so dann können wir jetzt hier weiter bauen zack zack jetzt muss ich erstmal gucken ja wir müssen hier noch ansetzen da und da auch mhm das muss ich von unten gleich machen so so wir machen jetzt mal ein bisschen schneller zack 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 und zack so 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 jetzt können wir noch ja ich glaube eine können wir noch drauf machen oder eine reihe mit neun stück okay das ist jetzt nicht wirklich viel äh scheiße plumps ins wasser ja wir müssen sowieso gleich nochmal runter so zack zack dann kriegen wir das bestimmt so halbwegs zumindest fertig jetzt nicht ganz fertig weil dann fehlt uns wieder was ich wusste es doch mhm so das nehmen wir mit blub 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 äh da komm ich nicht raus äh da komm ich mal raus ich muss einfach um die ecke schwimmen äh gucken wir doch mal eben was wir da gekaspert haben ja da gut da fehlt noch einer den haben wir ja gesagt den setzen wir von unten an zup sehr nett das sieht doch ganz nett aus oder ja 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 wir auf genau also že ja wie ja ja 言